Was ist eigentlich die wichtigste Aufgabe eines Vertriebsleiters mit Personalverantwortung? Darüber wollen wir heute mal sprechen und damit herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von komplexen technischen Produkten und auch Dienstleistungen beim Aufbau und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Und dabei haben wir natürlich sehr, sehr viel Kontakt auch mit Vertriebsverantwortlichen, ob jetzt Vertriebsleiter oder in etwas kleineren Organisationen wird der Vertrieb dann vielleicht von der Geschäftsleitung noch mitgeleitet, geführt, wie dem auch sei. Also ich möchte hier mal die Verantwortlichen für die Vertriebsmannschaft ansprechen. Ja, was ist denn für die Kollegen der wichtigste Job? Wahrscheinlich denkst du dir, ja, es geht hier sehr, sehr viel darum, den Vertrieb zu kontrollieren, zu führen, die Leute auszubilden beispielsweise und das eine oder andere Mal vielleicht auch ein bisschen anzutreiben, ich hätte es fast gesagt, den Arsch zu treten, dass eben die Zahlen passen. Das ist auch so grundsätzlich richtig. Aber viele meinen, dass der Vertriebsleiter, und das ist echt so, dass der Vertriebsleiter der beste Verkäufer im Unternehmen sein muss. Das ist so die Grundannahme, die sehr, sehr viele Leute haben. Ja, dass so der Vertriebsleiter, der weiß alles, der kann auch alles, der kann gut mit den Kunden und so. Und das ist überhaupt gar nicht wichtig. Und ich vergleiche das gerne mit dem Fußball. Wenn der Torwarttrainer von Oliver Kahn damals besser gewesen wäre als Oliver Kahn, dann wäre der im Tor gewesen. Das war Sepp Mayer eine ganze Zeit lang. Wenn der Torwarttrainer von Manuel Neuer, wenn der besser wäre als Manuel Neuer, dann stimmt der im Tor. Das ist doch völlig klar. Das bedeutet, der Vertriebsleiter muss nicht zwangsläufig der beste Verkäufer im Unternehmen sein. Er hat nämlich ganz andere Aufgaben. Und zwar die Mannschaft so zu führen, dass sie alleine funktioniert. Und da komme ich wieder auf den Fußball. Du kennst vielleicht diese Wutrede von Giovanni Trapattoni, wo der dann nachher gesagt hat, ich habe fertig, hier die Sache mit der Flasche leer. Und da hat er einen ganz wichtigen Satz gesagt und den finde ich also wirklich auch für die Vertriebsleitung absolut richtig. Nämlich der hat gesagt, ich sage das jetzt mal in seinem Dialekt, Spieler mussse alleine Spille gewinnen. Das hat er wiederholt, weil es ihm sehr wichtig war. Und damit hat er recht. Die Spieler sind alleine auf dem Platz. Sie müssen alleine ihr Spiel gewinnen. Nicht der Trainer. Der Trainer hat andere Aufgaben. Der Trainer ist taktisch unterwegs. Der stellt die Mannschaft taktisch auf. Und ein Vertriebsleiter kümmert sich in erster Regel darum, dass die Leute besser werden können. Damit er das kann, braucht er natürlich auch Anhaltspunkte. Wenn er zum Beispiel sieht, dass ein Kollege immer wieder an bestimmten Stellen Kunden verliert oder den Auftrag nicht gewinnt, wenn vielleicht ein Kollege irgendwie wild durcheinander performt, dass er jedes Projekt irgendwie anders angeht, wenn der Vertriebsleiter also hier an der Stelle vertriebliche Blindleistung erkennt, dann kann er dem Kollegen an der Stelle helfen, eben strukturierter seinen Job zu machen, um einfach auch effizienter zu werden. Und nicht beispielsweise, das erleben wir ja auch, zu einem Kundentermin 200 Kilometer durch die Republik zu ballern mit einem Firmenwagen auf Firmenkosten. Und dann wird dann da irgendwie 10 Minuten gequatscht und dann fährt er wieder. Also völlig uneffektive Arbeit zu machen. Das ist der Job des Vertriebsleiters, den Leuten dabei zu helfen, sich besser zu strukturieren, ihre Arbeit machen zu können, ihnen zu helfen, auch Zeit zu sparen, vertriebliche Blindleistung eben an der Stelle auch zu eliminieren, damit sie mit ihrer Arbeitszeit eben noch besser performen können an den Leads und Opportunities, wo auch wirklich was dahinter steckt. Und der Vertriebsleiter ist auch dafür verantwortlich, Hilfe ins Haus zu holen, wenn man dann sieht, okay, hier stimmt irgendwas nicht, wir müssen uns da mal jemanden holen, der uns hilft, eben an den Stellen was zu optimieren. Und das ist dann natürlich auch der Punkt, wo wir mit ins Spiel kommen. Das muss der Vertriebsleiter nicht selber alles am besten machen können. Letztlich ist er ja eine Führungskraft und kein Verkäufer. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gute Vertriebsleiter gibt, die wirklich hervorragende Führungskräfte sind, die ihre Mannschaft hervorragend, hervorragend motivieren können, die aber selber überhaupt gar nicht so gute Verkäufer sind. Drittes Beispiel aus dem Fußball, José Mourinho ist einer der besten Trainer der Welt. Der war Übersetzer beim FC Barcelona und der war nie der großartigste Fußballer. Also ich glaube, der war doch nicht mal Profi, müsste ich jetzt gucken. Ich meine nicht. Also der war jetzt nicht irgendwie Nationalspieler oder Champions-League-Spieler über Jahre oder so, aber der war eben ein hervorragender Trainer. Der hat das, was ein Trainer können muss, das hat er gekonnt. Und das ist bei einem Vertriebsleiter auch so. Und es macht keinen Sinn, auch den Besten aus seiner Mannschaft, der am besten verkaufen kann und auch die meisten und besten Geschäfte macht, jetzt aus diesem Ding rauszuziehen und zu sagen, so du bist ab heute Vertriebsleiter und dann steckt man in sein Gebiet oder in seinem Aufgabenbereich dann jemand Neuen und das ist oft nicht so gut. Aber das nur am Rande. Deswegen mach dir da mal Gedanken drüber, was sind genau deine Aufgaben, die du gerade wahrnimmst und gleich das mal ab mit den Aufgaben, die ein Vertriebsleiter tatsächlich haben sollte. Und wenn du darüber gerne mal mit mir sprechen möchtest, dann ist das klasse, da freue ich mich drauf. Dann geh auf www.hornsuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir sprechen mal eine Stunde miteinander. Bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.